3, 2, 1, komm rein! Geh da nicht hoch, geh da nicht hoch! Ich hab's gesehen, ich hab es gesehen, ich hab den nur tot da liegen sehen und dachte, okay, jetzt bist du tot. Oh, guck mal, ein Hyppie, der hat wenigstens was drauf. Ja, komm, ja, Inquisition halt, Moll! Ja, aber, wie schon gesagt, da bin ich schon hochgeklettert, Alter! Alter! Ja, ich hab den Nugget, sag' ich. Was, Nugget, sag' ich? Ja, Jimmer, den Nugget. Ich nehm' mir da immer vor, die Schicken-McNugget oder Eischale liegen. Jawohl, so, jetzt gehen wir gleich wieder hoch, um zu sterben. Alter, warum, warum er besteht jetzt mich und ne Hyppie kann da durchrennen, ohne dass was passiert? Mensch. Alter, nee, oder? Ey, ich wollt's grad sagen, Fotze! Ja, ja, nice! Boah, ja, ich hab's schon gesehen. Nur, so schnell ging das halt jetzt echt nicht. Jawohl! Da hat dann! Alter, die G36 sind richtig geil. Sag' ich doch mal! Ach so, das ist ne Geisel, ich schieß ganz auf Geisel, Alter, was geht? Wow! WTF! Oh mein Gott! Scheiße! Links und rechts hin mir der Ecke! Ja! Jawohl, du Lappen! Hab ich's ja? Dann ist er wahrscheinlich am Abhol... Nein! Ja! Ja, ich hab's gewusst, dass der da hinten rumgammelt, ey! Und was macht unser Teamkollege nix? Der verkackt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wenn du da stehst, sieht er dich doch erst recht! Ja, vor allem, weil er ne Weiß Rüstung anhat. Äh, ist das dein fucking Ernst? Let's go to the point, man! Moral, run! Ich wusste's echt! Alter! Das kann's echt nicht sein! Das kann's echt nicht sein! So viel Zeit, da hinzulaufen! Hopp! Pappen! Und jetzt mal die O-Phase. Weil überall stehen Sniper rum. Die nur darauf warten, dass irgendein rausplotzt. Jawohl, weg ist er da, die Bastard-Texor. Das ist doch ungestorbene Onyx, hä? Oh Mann, das war mein größter Fehler ever. Jetzt hab ich grad den Hyppie seinen Kill verpasst. Doch, jetzt hab ich nen... Ha! Und nen Draco, Alter, was geht? Grins, Alter! Kommt da, da! Der hat noch gefasert! Jawohl! Da hat dann... Da hat dann... Warte, warte, warte! Na? Hab dich! Na, ne! Na! Ha! Ha! Hat er jetzt echt uns beide gekriegt? Alter, halt's Maul! Gott, ist unser! Jawohl, einen hab ich! Erster Kill, cut my Joe! Ey! Nein! Ja! 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 Ey, jetzt hab ich mich so auf den unten konzentriert und hab den Lichtschein von seinem Scheiß-Visier nicht gesehen, ey! Und... Der ist jetzt geil, sag von dem hier, das war im linken Rennen gleich richtig... Alter, das ist nicht wahr! Du kannst nichts machen, ja! Ach, hör doch! Alter, ernsthaft jetzt... Nein, jetzt wirklich, wie hat denn das gemacht? Ey, wie hab ich nur zu sieben geschafft? Und du hast den Maus getippt? Mhm, mhm, mhm... Ich hatte immer... Und du hast den� Ticken Carajo. Wer hat auch zu viel Waterboy in den Punkt gehabt? War das... äh, Waterboy? Ja, Waterboy, genau. Mit... äh, Adam Sandler und so. War das nicht auch Stiebezwerg? Stiebezwerg? Kommt auch in den Film vor! Echt jetzt? Ja... OK! Ich kenne nur diesen einen Song, dieses Wasserstink... War vor Wasserstink, was so lange dreht davon ab. voll so zu blutskäse zermitschnügelung ich dachte ich werde nicht mehr spielen recht jetzt? hat sie nicht zu fetzt? wie wie? da war doch einer mach ja gar nix ja NEIN ALTER da kriegt der mich hatchert ohne scheiß da lag der einfach rein ich hab meinen allerersten wirklichen Taterkill gemacht ja auf gefühlten 300 metern äh das geht nix ne aber der hat sich dann schon aufgeregt ich mein da hilft nicht mal hochzielen das bringt gar nix ne weil irgendwann ist das Kabel zu kurz steh mal vor der kommt zurückgeboinkt und trifft dich dann selber zurückgeboinkt? ja zurückgeboinkt und blablabla und schon hast du ein Problem ALTER ey das kann so sein da trifft der mich halt alter KÖSTER ey SABU BUSCH ey voll O M G SERIOUS JUUU KÖLE GLIFOSEN alter die holen mich doch jetzt gleich DAAA es ist nicht zu fassen ey ey wir belegen die letzten drei plätze ne oh schon stolz sein ja genau vor allem bei der map wo wir gerade noch rum getönt haben ey das ist meine map yeah ich kanns ja ja M16 die hätte ich gleich nehmen müssen wow alter wer konnte das ahnen wer konnte das ahnen ich guck die ganze Zeit auf die minimap denken okay das war weg und dann guckte einer raus nein ich drück eigentlich voll auf seinen kopf wird aber kein headshot angezeigt schon klar immer kurz um die Ecke bilden auf jawohl alter und ich komm da nicht hin oder was doch jetzt haaa du ratte ne ich hab ne geisel ne ich hab ne geisel alter ich hab ne geisel ne ich hab ne geisel ich hab ne geisel und oh f*** dich du bastard ey zum glück bin ich gerade in der Sackgasse los beschützt mich hier vorziehen nein alter ich nein nein ich komm ich komm durch die geisel nicht mehr durch alter ich flipp aus alter ne oder das ist nicht wahr NEIN alter das ist nicht wahr alter das ich ich krieg den nicht down ähhhhh I don't know boah zu glück den noch gekriegt ey alter ja komm wenn ich da kalt bin alter na ey da kriegt der mich mit'n scheiß kohlefaser ey tja geeeenau 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 alter ich ziel runter da konnte es gar nicht seh' und haut mich einfach um die kleine Dreckshure ey der abgeht ey alter der mit seiner M416 wie macht der das und mich irgendwo verschanzen mit irgendeiner kleinen Ecke und einfach nur heulen Embryonalstellung bla alter schon wieder M416 ich kann es nicht verstehen ich kann es nicht verstehen Mann das gibt's doch nicht das kann nicht sein ey was der fickt alter ey keine ahnung ich seh immer ne M416 und weiß dass es dieser verfickte Typ ist ey das ist ein Bruchteil einer Sekunde und du bist tot das gibt's nicht so viel Glück will ich machen wie dieser Onyx Sky Joe Bastard meine Fresse ey was der für ein Glück hat mit seinen Kills man da schon wieder jetzt wird er wieder geholt in aller Ruhe kann er so beide ficken das gibt's doch nicht und schon wieder verloren jawoll habt ihr toll gemacht hauptsache du machst deine lucky shots alter fick dich ab gehst alter Mann ey sowas richtet mich so krass auf ey ne das hätte ich jetzt nicht gedacht fick dich fick dich fick dich fick dich bitte lad das hoch ja natürlich lad ich das hoch Mann Mann fuck da kann man nicht nur nur fuck sagen mehr geht da ja eigentlich was ist ein fuckfuck jawoll ich hab ihn gefickt und ich kann einen wiederholen ne und schon wieder N ne es N16 A3 diesmal ey komm fick dich hinter dir ey wie können die uns so krass überrennen kann man das mal irgendeiner sagen ne 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 ich hab nichts mehr gesehen ich muss den in der Ruhe füllen naja ich versuch doch doch ey alter 8 zu 10 8 zu 10 smoke weed everyday ey was geht ich möchte gar nicht mit ey ich zähle einfach nur mit und mach ey bei jedem aufreger mach ich so ey ich mach da echt oben rechts so ne zahl ohne scheiß und lass dir jetzt mal hoch zählen wenn ich derbe abgehe ohne witz mann